Erst als ich mit der Schule fertig war, dann wirklich ein Leistungssport für mich geworden. Davor war das alles Gaudi und das finde ich, je mehr man da im Nachwuchs hat, dem man das ermöglicht, die das anschauen können, desto mehr wachsen dann auch nach oben raus. Ich bin mir auch sicher, dass der Felix nie von Anfang an gesagt hat, er geht da raus nur um Stangell zu fahren und um 10 Hundertstel schneller zu sein, sondern da geht es um das Skifahren und bei mir ging es um das Snowboarden und tut es bis heute noch.